oh mein gawd look at this amazing epic fight hallo und herzlich willkommen ich bin der lautschmar und ich begrüße euch wieder bei spiderman jawoll yo und wir gehen gleich zur nächsten mission es fackt mich grad übelst ab leute die letzten zweimal haben wir so beschissen beendet die letzten zwei episoden letzten zwei folgen und ja ich hoffe dass jetzt mal einigermaßen jetzt mal gut läuft für uns nein oder spiderman willst du uns helfen du willst mich verarschen oder du willst du jetzt ja nicht schaden officer du hast ja keine ahnung so was wie diesen teufels atem habe ich noch nicht erlebt die forensik ist ganz schön am fluchen neuen meldungen zufolge hat otto hier den teufels atem freigesetzt ich glaube es ja nicht das ist jetzt weil ich das jetzt beendet habe oder was auf doch die bumse ohne witz das ist jetzt alles noch mal an sich isolieren die reiche leader sequenz vielversprechend alles überspringen wir jetzt ich habe da jetzt kein nerv mehr für was soll ich tag tag ja das nervt mich wenn ich manchmal so leute ich muss dann noch mal zu den stellen hin und dann werden wir uns wieder sehen wenn ich genau wieder an dieser stelle bin was für ein übelster abfall es nervt mich aber mein gott das geht jetzt nicht anders sagen auskopf modifiziert des cpf1 definitiv der teufels atem sehr gut jetzt sollte ich die ausbreitung verfolgen können genau dann springen wir jetzt gerade in dem moment dann zu dem zeitpunkt wo wir wieder zu elektro kommen und dann passt das eine ewigkeit später hallo spider-man wir wurden uns nie richtig vorgestellt ich bin otto octavius es gibt kein ikarus oder nein martin braucht keine hilfe um das antiserum zu sichern ikarus war ein trick um dich in position zu in position willst du mit so erfrischend für ein mann wie octavius zu arbeiten notfallpläne für die notfallpläne hey okay bist du okay was ist da los viel verkehr hör zu nie will unbedingt das antiserum wir müssen auskopf teufels art im labor vor ihm finden bin schon dabei ich sehe mir sämtliche baugeläne wenn das labor dabei ist werde ich es finden na toll ok bis bald mj fehlgeschlagen hat ihn geschwächt zeit für plan b so jetzt sind wir wieder am start das war beinahe herzerwärmt elektro der knast hat dir richtig gut getan wie kann man nur so weit daneben schießen lass mal deine schaltkreise prüfen weiter neben max wie immer er ist betäuft das ist meine chance ich muss den transformator ein spinnen ach die waren damit gemeint so jetzt sind wir wieder zurück so dann gucken wir mal wo waren der transformator nochmal scheiße jetzt habe ich ihn aus den augen verloren fucko fucko mio fuck da komm schon jawoll wie du bist dran hey adrian ich bin's leider mal was soll dieses kaputt keiner kapiert meine witze unsere fede endet heute insekt ich dachte es werden geben und nehmen man da habe ich echt was missverstanden So, dann gucken wir mal, dass wir mal gewuppt bekommen. Na komm schon, wo sind die denn, boah ich hasse eigentlich, kann man nicht einfach auf dem Boden liegen hier das ganze machen. Oh Mann. So, komm. Oh mein Gott. Super, du hast meinen Witz kapiert, damit versuchst du mir wirklich den Tag, danke dafür. Mal im Ernst, es war schöner als ihr Einzelgänger war. Na. Oh Mann. Und Wasser, klar. Autsch. Meine Plomben. Meine Plomben, yes. Okay. Komm jetzt, wenn wir uns mal innen hier vor. Komm. Oh fuck. Wo ist er denn? Komm schon. Komm. Jawoll. Oh Mann. Wenn man so komplett überfordert. Komm schon. Komm. So. Oh. Wie du baste, Pawee. Wie du baste, Pawee. Wie du baste, Pawee. What. Komm schon. Warum kriegen wir den nicht? Komm schon. Jawollo. Oh Gott. Jawollo. Sehr schön. Ja, jetzt bist du sauer, ne? Alter. So. Bam. Oh. Jetzt. Oh oh. Scheiße. Ach, scheiße. Okay. Ah, da hätten wir wieder vorher drücken müssen. Ich denke immer, es muss erst in den kleinen Kreis. Okay, okay, okay. Got it, got it, got it. So. Oh my God. Look at this amazing epic fight. So. Jawoll. Er hat keine Chance. Ja. Ja. Wir packen das. Oh. Nein. Nein. Ich will ja nicht umkennen, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Oh my God. Oh. Fuck. Das ist meine Chance. Không. Ja. Nein, ich bin nicht müde, aber ihr seid zu zweit. Voll unfair. Nein. Komm. No. Komm schon. Komm schon. Woa. Ah, okay, okay, okay. Nein. Ah. Oh, Gott. Komm schon. Na, warum? Was sagen sie gerade jetzt? Nein, nein. Ich treffe den nicht einmal. Komm schon. So, yes. Jawohl. Na, den kriegen wir gewuppt jetzt. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Apian? Ein Dutzend Mal? Zwei? Einmal zu oft. Das hier ist ein letzter Walzer. Ja, definitiv. So. 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 Was ist los? Elektro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank, sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Oh, Mann. Was ein Irrer. Doc Ock, Mensch. Reiß dich mal zusammen. Ich hasse es, wenn sie sich verbinden. Ich muss durchatmen. So, aber... Elektro ist jetzt weg. Und äh... Der andere. Oh, keine Ahnung wie er heißt. Habe ich vergessen. Ich kenne... Weiß ich jetzt nicht. Der ist auf jeden Fall Geschichte. Wie spät? Oh, Mann. So. So, wie sieht es aus? Die Spur aufnehmen haben wir abgeschlossen. So, und... So. Juri, Walter und Elektro sind erledigt. Jetzt noch vier. Habs gesehen. Und sein Dach am Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius' Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oskorb zerlegen. Walter und Elektro sollten Kraftwerke lahmlegen. Skorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Wohl etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst ja wohl Skorpion holen. Ja. Die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hört sich gut an. Genau. So. Jetzt gucken wir mal. Fertigkeiten gibt es wieder neue. Und die nehmen wir. Zum Beispiel hier haben wir den... Das Epizentrum. Das heißt, der Bodenschlag verfügt über eine stärkere Explosion. Die Gegner umwerfen kann, wenn er aus größerer Höhe eingesetzt wird. Jawollo. Genau. So. Es wird immer besser. Geil. So. Jetzt nehmen wir mal einen neuen Anzug, würde ich sagen. Jetzt haben wir mal Bock wirklich auf einen neuen Schnieken Anzug. Den könnte man nehmen. Mal gucken. Was haben wir denn noch? Wow. Der sieht auch nice aus. Nackter Angstanzug. Okay. Fehlen uns noch ein paar Herausforderungsmarken. Den könnte man auch nehmen. Der ist auch irgendwie nice. Und ja. So. Gucken wir mal. Kriegen wir auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, wir nehmen mal den hier. Ja. Der ist irgendwie cool. So ein bisschen Luchadores. Sagen wir mal. So. Was kann der? Wirft Gegner mit einem Netzgriff, ohne sie einspenden zu müssen. Ja. Ja. Gut. Lass mal. Lass mal drin. So. Haben wir jetzt. Alles klar. So. Die nächste Aufgabe ist schon bereit. König des Rings. Yeah. Ist quasi unsere neue Fähigkeit. Ja. Die nächste Episode werden wir dann in Angriff nehmen. Und zwar morgen. Ich sollte Miles anrufen. Ja. Ah. Das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tue lieber was als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt. Weißt du? Ja. Verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Keiner kann diese Frau zu einer Pause zwingen, wenn sie nicht will. Aber ich tue mein Bestes. Danke Miles. Grüßt May von mir. Und passt auf. So. Hier den Turm aktivieren wir noch. So. Können wir aber jetzt nicht, weil wir im Gefecht sind oder was? Ich lobe das ja wohl nicht. Naja. Dann gehen wir mal hier kurz in Deckung. Hab sie verloren. Ich muss schneller sein. Ja. Ah ne. Jetzt können wir das entschlüsseln. Sehr gut. So. Jawohl. Türme des Viertels aktiviert Hell's Kitchen. 2 von 3. Sehr schön. Hat auch wieder ein paar EP-Punkte gebracht. Ja. Das war es aber auf jeden Fall für diese Episode. Wenn sie euch gefallen hat. Könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Endlich mal eine Episode, die man vernünftig beenden kann. Gott sei Dank. Die letzten zwei. Ohne Scheiß. Ich hätte den Controller fennbewerfen. Nein. Die Hälfte der Verbrechenstürme laufen wieder. Wenn Spider-Cob sich darum kümmert, wird der Job aufbiegen und brechen. Nein, nein, nein. Nein. Sie würde es nie zugeben, aber der Chief kann sich für Spider-Cob langsam erwärmen. Seine lössige Missachtung jeglicher Vorschriften war höchst erfrischend. Das würde sie noch merken eines Tages. Genau. Jo. Aber die nächste Episode steht schon bereit. Und zwar morgen. Seid wieder mit dabei. Und macht's gut jetzt einfach. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.